Aufhören, neusen, aufhören, neusen, ey, dieses... Einmal posten, ne? Sie fahren hier rum, Alter, und da sehen Sie, sie kriechen. Das ist sowas, aber eigentlich ein bisschen billig. Ja, das sagt natürlich nichts. Das ist ein billiger Ohr. Nimm das in den Pfade. Ach, was sag ich. Ja, das ist schon mal nehmlich. Nochmal er ist auch hier, was zum Beispiel... ...auswählser... ...auswählser... Fahrt doch zu der blöde Gange. In der Hurenzolle da mal fahren. Die sind ja woher ungefähr... Aber wenn ich jetzt einmal... Ich bin ungefähr voll. Oh Gott, das ist ein Serki. Ich weiß eins, ich weiß eins. Was ist denn? Ah... So, was machen wir die Bremse runter? Schlafen! Fahrt doch. Das war noch die schlechte glaube. Ich fahre die Auto, wie ich aufhabe. Ich fahre eine Pille. Ich fahre die Kran. Uff, da gehe ich nicht. Da gehe ich nicht. Ich schmeiß das Ding da hin. Ich hab da Hose zu. Es wird nicht rum. Und dann? Wo sind die? Ich verstehe es nicht. Hier. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. ich habe volle Kanne auf Premissen gedrückt. Volle Kanne! Aber nein, es passiert nichts, ich drücke auf Grenzen und es passiert nichts, nichts, es hat einen Bremsweg, das ist was für ein Arsch, Punkt Ende. Damit kann ich Bowlings kaufen, der schnellste Hund. Oh, man, ich kann jetzt mal einschauen. Nicht gleich rum! Nein! Da, der fährt schnickend! Da, der fährt schnickend! Es sind zwei, drei Kufen und das ist alles sowas für... Beklatisch! Und jetzt schleiche da wieder drei Autos rum... ...dass du beinahe ein Jahr nicht krachst! Oh, da ist der Raum so schön über die Kurfahrt! Oh, die ist so übel, die scheisse Kurfahrt! Oh, die ist so übel! Geh doch weg, Alter! Wow! Ja, das ist sick! Die wäre volljährig! Die wäre volljährig! Die wäre volljährig! Die wäre volljährig! Wenn man die so schnell fahren... Nee, das geht jetzt eine volle Kelle raus! So, wenn ich jetzt die nicht als... ...bremsbeschleunert... ...hat es mich erwischt! ...hat es sich... ...、、iosańska Jetzt sind wir uns 44. Die Durms ist da hinten in die Gäb... Ich fahr durch. Ich fahr durch. Das ist nicht gut. Oh, jetzt habe ich es langfristig. Ich fahr hier durch. Ich fahr hier durch. Ich fahr hier durch. Ich fahr hier über die Kurve besser. Oh, mein Ding ist da und schon über 4 Sekunden. Na, hätte Gas ja nicht erreicht. Ich fahr hier durch. Ich fahr hier durch. Ich fahr hier durch. Ich fahr hier. Ich fahr hier durch. Ich fahr hier durch. Ich fahr hier durch. Auf die Uhr, dann... Es geht auch nicht da hin, überhaupt nicht. Das hat 300, scheiße, 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 ja dann bin ich aufgeschluckt, aber das ist ein Systemänderung aufgefahren, das ist so ein gewisser Fast to Furious, mit einem SF Waysseed. SF Waysseed, dann schauen wir doch mal, SF Waysseed. SF Waysseed. Jetzt wird so ne Gurgi, ja stimmt, mit der Gurgi bin ich das zuerst gefallen. Stimmt. Der SF Waysseed. Stimmt. Aber die wiegt dafür 1000 irgendwas Kilo weniger. Stimmt. Aber guck mal, ich fahr 11 Sekunden besser. Und ich krieg den Cam da auch nicht. Ich fahr das Dinger 11 Sekunden schneller. Der ist auch voll. Ich stell jetzt mal ne Runde auf das Video ein, das wird teilweise nix. Das war's. Das war's. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Video. 2 5 5 Vielen Dank.